Ich mobbe alles sauber. Wie kann er hier arbeiten, Alter? Ist ja widerlich. Ach, der Stuhl. Ich freue mich schon auf den Ultramob. Da oben. So, dann haben wir noch hier. Ekelhaft. Guck mal hier, Alter. Hat der hier Spritzfurz gehabt? Oder was ist das, Alter? Übel sein abgeschissen. Finde den Dreck. Hallo? Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Und irgendwo hier muss auch noch was sein. Machen wir mal kurz die Tür zu. Ist jetzt nicht die Dusche? Da. So. So, was haben wir denn hier? Einen Heizkörper fürs Bad. Zack. Wir werden hauptsächlich Heizung anbauen. Ich weiß es genau. Zack. Montieren. Nee, erst den. Erst mal hat er Ventil und dann den Kabinett drauf. Haben die zwei Ventile? Also ich habe auch so ein Ding im Badezimmer hängen, aber bei mir hat er nur ein Ventil. Kann natürlich auch sein, dass das hier anders ist. Wer weiß das schon so genau. Ach so. Ja. Erst mal einsetzen. Einsetzen ist immer sinnvoll. Fertig. Fertig. Ja, neuer Fertigkeitspunkt. Schön, dass die Türen in beide Richtungen aufgehen. So. Und noch eine Heizung. Äh. Zurück. Heizung. Zack. Zack. Die passt hier nicht. Es müssen immer große Heizungen sein anscheinend. Kannst bei... Nee. Hä? Die auch nicht. Was denn jetzt? Heizung. Den muss das ja nicht sein, oder nicht? Ach, das blöde Kackpädt steht hier im Weg, ne? Weil der ein bisschen doof ist. Hier, guck mal hier. Nur mal das Giraffe hier weg. Ist ja ekelhaft. Okay. Schon besser. So, dann machen wir zumindest mal unsere Hütte so ein bisschen akzeptabel. Hier streichen können wir eh noch nichts. Aber wenn wir noch kein Pinsel haben und nix. Zack. Und zack. So. Dann haben wir noch einen Point. bei Gold ist Hähnchen. Monteur. Schnellere Montage. Schnelleres Vergibsen. Oder Fliesen schneller legen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die schnelle Montage. Und dann schauen wir mal nach dem nächsten Auftrag. Oh, wir haben gleich drei. Er leckt mich doch fett. So, ein bisschen Kies und Sträucher. Oh, Garten. Wir machen mal Garten jetzt. Ich betreffe ein bisschen Kies und Sträucher. Hallo. Ich leite zu Hause eine exklusive Zahnarztpraxis. Was ist daran so exklusiv? Ich kann mit Löchern in Zähnen umgehen. Ich kann auch mit Löchern umgehen. Aber nicht mit Löchern im Boden und Unkraut. Zuschütten Sie den Unkraut und den Rasen vor dem Haus mit Kies oder andere Späne. Bitte pflanzt etwas darin, bitte. Mache schön. Grüße, Elsa König. Das ist eindeutig eine Fake-E-Mail von so einem afrikanischen Prinzen, der Geld von uns haben will. Die sehen genau so aus. Da kannst du mir nichts bei erzählen. Aber ganz genau so. Beton und Plastik stören einen modernen Garten nicht. Und das ist schön. Ja, Gartenarbeit. Wuhu. Etwas, was ich im Real Life nie machen würde, mache ich in Spielen. Gartenarbeit zum Beispiel. So, jetzt kannst du den Garten gestalten. Du kannst Pflanzen in der Kategorie Garten in den Shop finden. Alter, die Lokalisierung ist echt scheiße geworden. Kann das sein? Die war mal besser. Gefühlt auf jeden Fall. Äh. Oh, ich habe den Schlauch freigeschaltet. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das neue Tool freigeschaltet. Mit dem Gartenschlauch kannst du die Blumen gießen, die Wassertanks füllen und den Schmutz außerhalb des Hauses abwaschen. Sehr schön. Äh. Einrabatte streue die Decke. Einfarbiger Kies. Äh. Äh. Was? Pflanze. Entfernen Unkraut. Wieso Unkraut? Das Löwenzahn, das ist kein Unkraut-Tolappen. Was für das Spiel, das Unkraut ist, ne? Sind doch Nutzpflanzen, oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Äh. So, was solche machen. Einfarbigen Kies. Und Nadelstrauch. Hier soll ich Kies pflanzen? Nicht jetzt. Kies streuen. Okay. Einfarbiger Kies. Shop. Garten. Kies. Einfarbiger Kies. Ist egal, welche Farbe, oder was? Standard. Kleiner. Kleinste. Gelb. Weiß. Standard. Warte mal, steht da was? Hier steht nur einfach wieder Kies. Okay. Kauf viele. Mhm. Da muss ich mal genau gucken hier. Das wird aber teuer, ne, Fräulein? Kann ich über die Ecken streuen? Nee, ne? Ja, dann schon nicht. Okay, die will den Rasen weg haben und dafür Kies haben. Guck mal, wir machen auch gar nichts. Wir streuen hier einfach nur den Kies rüber. Das ist, äh, so macht man das heutzutage. Da wird einfach scheiße auf die Pflanzen, da wird einfach drüber gestreut. Und der ging leicht rüber. Egal. Das ist ja wie malen, Alter. Voll geil. Bin ich gut. Bin ich jetzt richtig gut gerade. Bin ich heftig begeistert. Sieht auch nur ganz bisschen scheiße aus. Hier, wir machen das mal so ein bisschen gleichmäßig. So. Und. Ein Nadelstrauch. Ein Nadelstrauch. Nadel. Nadelbaum. 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 Hier gibt es noch einen Nadelstrauch. Ein. Ist das gepflanzt? Um diesen Gegend schon zu kaufen, nutze er. Ja. Nee. Äh, warte mal. Habe ich? Kattenschlauch. Verkaufen. Ach so. Ah. Wie tief muss ich denn graben? Ich weiß das nicht. Bin ich ja nicht mal im Wild oder was? Das Loch ist vollständig. Alles klar. Zack. Bedecke mit Erde. Ich bedecke. Du musst noch gießen. Ich gieße. Die Pflanze wurde gepflanzt. Cool. Nice. Ist voll gut. So. Unkraut weg. Boah ey. Exklusive Zahnarztpraxis hat sich aber nie um den Garten gekümmert. Die alte Schabracke. Was ist denn mit dir? Was sind denn die Leute hier, ne? Das ist. Sind wir ja eigentlich in Amiland? Ich meine, äh. Die sind ja alle schweinefaul hier oder was? Was ist denn hier für ein Gestrüpp? Zweifarbiger Kies. Und auch Nadelstrau. Und wieso ist die Taschenlappe schon wieder an? Drücke ich manchmal aus der SNF? Jetzt brauche ich zweifarbigen Kies. Kies. Zweifarbig. Kauf viele. Ich kaufe viele. Könnt ihr ja mal die Größe ändern, ne? Dann geht das glaube ich schneller. Hier so. Sieht auch nur ein bisschen scheiße aus. Gut, dass jetzt Gebüsch hier steht. Ich seh nämlich gar nichts. So, fertig. Und wieder ein Nadelstrauch. Ich sollte vielleicht mal gucken, wie viel wir überhaupt brauchen. Von allem. So, ein Nadelstrauch. Zwei Nadelstrauch. Wir brauchen noch drei. Und hier muss auch zweifarbige Kies hin. Also drei Nadelsträucher brauchen wir. Hallo. Nadel. Äh. Ich stelle die erstmal hier hin. Eins, zwei und drei. Dann machen wir da gleich so in einem Ritsch-Ratsch-Rutsch. Beim nächsten Mal machen wir erstmal das Unkraut weg. Und dann machen wir gleich Kies-Streuung kompletti. Und ein bisschen taktisch vorgehen hier. Taktisch. Immer taktisch. Weil hier muss jetzt wieder dieser einfarbige Kies hin. Der hier. Kann ich aber nicht kopien. Kies. Einfarbig. Hau rein. Machen wir erstmal die Ränder, wollte ich gerade sagen. So. Schön. Mulle, mulle, mulle. Wir haben auch nur eine gewisse Reichweite, ne? So. Jetzt aber mal schön groß einrüber schütten hier. Fertig. Und dann brauchen wir zweifarbigen Kies. Stein. Decken. Äh. Was? Mist. Kies. Zweifarbig. Schuss. Schuss. Fertig, ne? Jo. Huch. Ich habe drüber gegossen. Ich kriege das gleich entfernen, ja, ne? Ich hoffe. Sieht auch nur schön scheiße aus. Und meine Schülle, der ist nicht über die Steinplan drüber. Das ist ja auch schon mal was wert. Malen. Ist echt wie Pinseln hier, ne? So. Äh. Kann ich das? Wir wollen ja nix verschwenden, ne? Aber sowas. Hier fehlt noch so ein bisschen. Oh, ist das gespeichert? Hier fehlt noch so ein bisschen Bewertung, ne? So, äh. Ich habe jetzt letztens einen Cooking Simulator gesehen. Das fehlt noch so ein bisschen. Dass man, sag ich mal, noch Bewertung kriegt vielleicht. Nicht unbedingt unter Zeitdruck arbeiten, aber allein Schnelligkeit, Qualität und so Zeugs, ne? Aber auch kann ich nicht mehr. Oder ich habe jetzt sogar auch eine oder andere Geräte, wie sich das anziehen. Also kann ich das anziehen. Und jetzt ein bisschen mehr. Ich bin sicher. Da. Ich bin sicher. Ich bin ja.